So, let's play Star Wars The Force Unleashed. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich jemanden mitgebracht als, ja, Gast einfach. Hallo Tim! Hallo! So, wir sind hier auf Felucia stehen geblieben. Müssen wir schauen, ob ich aufnehme. Äh, ja, ich nehme auf. Und, äh... Äh, nur mal so zur Info. Erstens, möchte ich euch das Spieltag 2 empfehlen. Ja, erstmal so für Werbung. Zweitens, ja, und zweitens, äh, höre ich das an. Hier, grad so ne... Alter, hat er mir auf die Fresse gegeben. Aua! Alter! Hier! Das ist... Alter, der kippt mir. So, kurzer Prozess, ey. Die Felucianer sind organisierter und mächtiger als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Dahinter steckt ein Jedi. Okay. Erzähl mal, was du mir grad so machst, weil bei mir ist es grad so... Also, ein bisschen Kampf-Szene. Äh, ich bin grad Dark Souls 2. Halt für mich sehr lang wie der Voktoff, weil, äh, es gibt so Grafik-Mods, wo der Spiel einfach so hübscher wird. Oh! Pff! Nein, ich hab mich grad nicht erschrocken. Für den, den sie interessiert, die spielen grad... Also, ich hab grad nur angefangen und ich spiel den Magier. Der Magier ist verdammt cool. Lol! Okay, seit wann explodieren Pflanzen? Okay. Gut. Alter. Was für ein Viech. Gepflanze wahrscheinlich, oder? Ja, richtig spannend. Kämpfe dich durch den Pilzaufgang durch. Ich bin in einem Pilz drin, Alter. Habt abgefuckt. Okay. Das sieht richtig aus nach einer Jump-Run-Action. Gefällt mir nicht, muss ich sagen. Tim? Ja? Gefällt mir nicht. Gefällt's dir? Ja. Die ganzen Kombos vergessen, die ich hier hab. Warte mal. Das hier. Oh. Das hat aber was gebracht. Okay, so ne Nacktschnecke erstmal umgebracht. Aua! Und ich muss doch mal kurz Werbung machen. Qua, das neue Album von Pro, ich weiß nicht, wie's heißt. Ich glaub, meine Melodie oder so. Mega geil. Ja. Ja, alles, äh, Bewerbung. Vorplacement natürlich. Somit verdienen wir unser Geld. Nein, tu mal nicht, aber ich, ich, ich will's trotzdem nur. Denn, weil's verdammt cool ist, dass ich, äh, das Bounce, ähm. Wir sind halb im Boden glitschen, dabei dann noch so ne Pflanze töten, ist auch cool. Kann ich jetzt hier machen? So Okay Alles hier so easy kills, alter Weg Oh ja, cool, alles weg rushen Wie es gehört Alter, macht das Schaden Alles easy kills Ähm, hier ist nix mehr, oder? Ne Ja Tim, erzähl mir mal was von Star Wars Welcher Star Wars Teil gefällt dir am allerbesten? Auch wenn wir hier schon am Star Wars Spielen sind Ähm Ja, dann bin ich von... Eigentlich finde ich die 4, 5, 4, 5 und 6 sind alle geil Nicht geil oder alle geil? Ich finde alle 3 geil, die anderen waren zwar auch nicht schlecht, aber ich fand die von den anderen besser Ja Aber ich finde eigentlich den 3 Teil einfach am allerbesten, das war glaube ich auch der größte Sith-Kampf, äh Sith-Jedi-Kampf glaube ich, oder? Keine Ahnung Ja doch, eigentlich schon Naja Naja Ja, der am Ende Ja Na gut, der... Ja, nein, ich bin nicht von 3 Der 6-Halter Ja, die gibt es plötzlich nicht richtig Ja, die gibt es plötzlich nicht richtig Ähm, äh... Das ist jetzt nicht gut Wurden wir hier reingemooft, oder? Oder wurden wir... Rein und raus gemooft Oder grad Loll Ja, ich habe mich deswegen rausgetrappt, ich glaube... Ich sollte noch einen Aufnahme-Channel machen, oder? Äh... Ja, und zwar haben wir den neuen TeamSpeak 3 gekauft und wenn ihr mal vorbeischauen wollt... Ja, also wenn wir den gekauft habt Ja, wir haben den gekauft Falsch, Boogie hat den gekauft Nein War sogar ich Im ersten Monat Also wir haben den gemiet nicht gekauft So, gesehen Äh... Ihr... Ihr besitzt einfach TeamSpeak Ja, genau, wir haben TeamSpeak gekauft Ah Ja Weißt du, auf Server, wir haben auch TeamSpeak Ja, und zwar unten in der Beschreibung steht dann die TeamSpeak 3 Server IP Oder ich kann... Ich könnte auch jetzt hier sagen Kühlschrankfresser- Nee, Punkt Gangshosting.de Was ist das für Viecher dahinten? Nein, die sind tot, okay Neau Eventuell... Ich meine, ich möchte nach diesem Teil nochmal... Ich bin wieder Star Wars Oh... Ähm... ... ... ... ...